Das ist ja hier im Ruhrgebiet, also der Fußball mit dem Trabrennsport oder auch mit dem Galopprennsport sehr verbunden. Viele Fußballer besuchen also wirklich die Rennbahn und tippen auch da. Ist ja auch interessant mal einen Wettschein in der Hand zu haben und man fiebert mit. Ich selbst habe Pferde gehabt, jahrelang, ich hatte mal zehn Rennpferde. Ich meine, bedingt dadurch, dass ich hier auf dem Gelände natürlich viele Pferdeboxen habe und so, hatte ich auch eigene Pferde. Also Leute, ich habe mir das Bühnenstück angesehen und geht mal hin, kommt ins Theater, lasst ihr gut unterhalten. Es ist eine Bombenunterhaltung und es handelt über Frauen, Fußball und Pferde. Und das sind ja nun mal die Dinge, die uns allen Freude machen. Von daher, hinein ins Theater, lasst ihr gut unterhalten. Ich kann nur sagen, war bombig. Eine Artes Geischung. Vielen Dank.